eine wie viele mobs sind hier fragt man was geht mit dem endermann alter jo leute herzlich willkommen zu der vierten folge minecraft phoenix 2 willkommen mit dem 1pix und wir join auf den server drauf 3 2 1 ganz korrekt ob auf jeden fall wir wollen warten bis werwolf und apfel wieder drauf sind aber anscheinend kommen die nicht so viel dazu was macht ihr so okay sie sind nicht hier wollen wir schreiben dass das braun sind ja okay kannst machst du was machen wir denn das endermann warte schütz mich mal ich möchte kurz schreiben eine wie viele mobs sind hier fragt man was geht mit dem endermann alter wie viel er zieht er zieht übel viel alter krass ich hab ich hab sechseinhalb herzen jungen alter okay also ich hab geschrieben bissel zusammenspielen drauf dass eine hexe rechts ach da ist eine spinne da ist eine spinne zwei spinnen oh ja sehr gut sehr gut also sie schreiben nichts das kann heißen dass sie kommen ohne einfach ignorieren ja die hat auch nichts gedrobt alter vorsicht war alter das ist halt auf hardcore hier und guck mal wie viel da hinten ist hast du fackeln können wir ausleuchten irgendwie keine fackeln dass uns einfach irgendwie das auch nicht dass man wieder in das loch kurz ein bisschen mit den schreiben ein bisschen klarmachen durch schreibt man ja oder schreibt man das provokant ist also wie gesagt wir wollen nur ein auf m6 wird wir wollen hier auf entertainment ausgehen so ein bisschen okay also fragezeichen okay okay nein das ist unser tod das ist unser tod warum warum nicht wir warten jetzt einfach bis wir hier irgendwo namen sehen ich denke mal das liegen ja auch wenn sie kommen wollen echt ich hab ich auch recht null ahnung aber saprex haben wir mal gespielt damals bei den vorbereitungen von phoenix vom alten phoenix aber du hast ihn mal besiegt dann warst du ins hacker aber der aber auch echt pingen das ist die sache und man kann nicht slush ping machen das ist ja nur schnittend im loch sitzen die ganze folge ja komm es auch scheiße ach scheiß drauf war dann ja halt schnauze das war jetzt nicht dein ernst oder doch doch das war mein ernst da hinten im wald im wald wo ich jetzt hingucken da wohin laufen wollten eigentlich zuerst das mal näher zum wollen wir aufs portal das leben gar nicht mehr so viele sind schon mehrere draußen auf dem portal sind wir so ein opfer ach so hast du slash team gemacht ist das team so eine könnte hier sehr steck abstauber ist raus verstecken ist das schießt mehr und herstelle halb gebläht also die grünen sind noch drin die roten und draußen ja alle pvp ist games das gegen sie und flashwop natürlich auch aus hersteller schwappen noch alle da hier ok also sie scheinen wirklich zu kommen ich denke ihr ähnliches sie kippen wir ich hätte mehr verzaubert was kein lab ist mehr machen wir eigentlich das ist ein tod junger wir könnten den ließ und lokalen für mir gerade so auf hier irgendwo unter dem platz oder so aber warte lass hier was bauen das wo wollen wir kämpfen wenn sie echt kommen müssen wir machen dass wir irgendwie in dem radius zu kämpfen soll ich mich hier ein bisschen runter bauen und den platzieren also wenn wir sehen vorausgesetzt wir sehen die platzieren werke ok 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 leute kommt jetzt wird langsam wieder tag dann dürfen die ganzen mob so ich baue mich ich stecke mich einfach runter baue da einen kleinen graben und das ist eine spinne dahinter aus solch mal kurze spinne warte bleibt am besten ein bisschen bei mir kurz ok ich bleibe müssen wir müssen direkt sneaken wenn wir denkst nicht klar ok also wir müssen dann aber auch echt hier kommen sie so tief dann ist ja warum so tief da ist ja recht tief eigentlich ja es geht eigentlich da hat ein zomi eine volle eisenrüstung ein skelett wie gesagt hat nur wenn sie wirklich kommen nur die sache ist wie machen wir es dann musst du ja auch zu mir nach unten kommen oder wie wollen wir das machen weil ich platiere den ja jetzt noch nicht ist es ja noch nicht sicher dass sie kommen das heißt wie machen wir das jetzt ich weiß es nicht keine ahnung ihr soll ich sonst einfach hochkommen ach komm ganz ehrlich ich glaube eh nicht dass sie na wohl ich glaube auch nicht das große tagen also ich glaube ich habe es also so nicht böse ausgerückt also fast ist dieser prex aber so high high spieler die sind halt auch eher auf stress aus bei solchen projekten ja klar die können rum pushen wie sie wollen also guck mal hier drüben ich habe einen bogen dann kann ich meinen mit dem zusammen machen warte warte ich habe ich habe zwei faden hast du auch noch einen ja ich habe aber leider kann hier nicht mehr entschuldigt sind scheiße die faden oder schütze mich mal bitte jetzt darf ich den bogen nicht falsch machen dass wir ein bisschen scheiße ich habe noch richtig gemacht mein essen wird langsam knapp eigentlich echt ja ich es immer zu zu krass warte lass mal stehen ach so ich habe mich was nein also habe ich jetzt verloren oh gott ich habe anderthalb verloren ich habe noch 28 euro stings also wir können braten pack mal irgendwie Prozent Prozent öffnen genau ja Kohle dann bekommt jeder 14 davon also jeder gehört einem Ofen ja oder so jeder 19 ok ich nehme den von wo ich jetzt stehe den linken also der den entnäher an der Wirkung entsteht dann hat hier auch zu nehmen das nicht ganz ernst was wir hier sagen also immer weil die map ist echt nicht so groß ja ich weiß auch gar nicht wo die jetzt standen eigentlich also sie könnten schon längst da sein oder sie sehen uns und scouten einfach und checken was wir für ihre sachen haben ja aber jetzt habe ich mir ein steak aus deinem ding ist ausgenommen ach so ich weiß egal sind im nether ja nein ach komm die haben dann eine falle oder so ja wir können versuchen aber nicht dass da irgendein skelett steht oder so wir nehmen das fleisch aber wenn sie vorher schreiben ja willkommen und dann schreiben sie jetzt wir farmen also waren sie gar nicht unterwegs aber kommen wir nehmen das fleisch mit und dann gehen wir dahin wo er ich hätte das bonn ist richtig scheiß ist wenn es drunter fallen oder so ja nee ach dann wenn die auch obwohl ja die verarschen ist vielleicht auch nur ja das kann auch sein ach ich habe keinen bock zu warten ich nehme das scheiß gleich jetzt raus ich habe 15 steak das reicht ich habe ziehen ich kann dir hier noch was geben heute macht dein inventar mal so dass du kämpfen könntest habe ich okay ich habe auch sowieso okay wollen ja jetzt bin ich in den scheiß reingelaufen man nimmt das voll das bisschen räulig was ich ja von der seite ich habe ein gold weg ist ob es so reingegangen nein 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 ich bin hier ich bin auf der seite die wenige können wir kommen zu mir kommt zu mir warte das reinge rein 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 ins nicken ja zombies zombies oh gott sie ist sie genau das habe ich bedickte sie mal ich dachte dass wir machen einer folie und diesen alle check nicht sind das quatsch der auch die sind ja wenn da allein quatsch ist ja dann das ein bisschen fahren so lange bis wir gekickt werden aber dann sind wir immer die ersten hier und das ist eigentlich ganz gern ja aber dann waren die locker nicht hier wo die sind einfach dumm ja kurz ein bisschen um ob irgendwo eine festung ist oder so ja als ob die hier waren und schaumt die sollen er die gucken unsere folge die lachen schlack ja ist echt so weiter auf ich mich gerade verarscht naja egal ja stimmt schon dafür sind wir jetzt die ersten männer also gerne wenn ihr das seht ihr Langem und Sabrex hier sind dann alles absicht alles aufgefahren mein kurs auf der kursen mein kurs sei der hell weg mein kurs sei der hell weg aber es ist tot macht doch was er mit ihr ja das ist echt so ne man kann hier guten fake tot machen möchte ich nur so sagen aber mach ich nicht jetzt bin es gerade so aufwendig ich bin gespannt ob ich sie überhaupt hinkriege die erste Folge zu cutten bis morgen ich denke schon ich habe noch Ferien ja ach ich mach glaube ich heute abend ja heute abend packe ich das auf jeden fall ne ja dann lass mal ja keine ahnung warte mal kurz ich muss mal kurz was machen ja einfach so ein bisschen rumfarmen ich brauche mich mal kurz hier einfach rein ne warte ich sehe hier nur irgendwo ne festung nochmal weil es ist halt auch supergut brauchst mich da ja nicht irgendwo oder mein gegner sind ja eh nur noch ne level 19 ok da war nichts ach ey normalerweise hat man immer so viel labes alter aber jetzt gerade hier nicht ja ja gut hier sowieso nicht aber ja aber ich meine in dem projekt ja ok ich bin level 20 jetzt echt oh ja dann lass noch die folge ich komm mal kurz in die skype konfi so ich renne da jetzt folge 1 auch so wer hat das geschrieben? ähm keine ahnung also es nehmen doch nicht so viele auf die meisten gehen wahrscheinlich so ein bisschen später mhm ja nicht so als wenn ich dich nicht sehe wollen wir jetzt vielleicht dann auch noch die die äh ja warte ich sehe ja 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 mhm 21 level glaube ich jetzt ähm ja was wollen wir auch ähm vielleicht können wir ja auch die uns die letzten zwei folgen noch aufsparen für später falls noch irgendwer rauf geht den wir irgendwann ja würde ich auch sagen wie gesagt apfel und werwolf steht ja noch offen ja ja dass wir vielleicht ähm wenn wir das jetzt abgebaut haben zum spawn zurück ja dann lass uns zum spawnen wir nehmen noch das mit genau und dann gehen wir zum spawnen und bauen uns da wieder wo ein vorausgesetzt gedönszeit und so mhm können wir noch was mitnehmen mhm ne nicht wirklich ja gut wäre nice wenn wir natürlich gegen apfel kämpfen ich hätte gerne apfelmus machen wir den werwolf zu einem kleinen hündchen alter das kann man auch echt gut machen mit den namen ne apfel fx und werwolf wir machen apfelmus und ein kleines händchen aus euch warte mal warte mal kurz bevor wir hier reingehen weil ich hier ich ist glaube ich eine base kiste von hauptnamen warte mal äh das ist auch so eine falle machen woran still gegen gestorben ist ja da wird jeder darauf achten das funktioniert einfach nicht oh ich würde gerne nach da hinten gucken ob da noch eine feste ist oder so aber ja das macht jetzt erstmal keinen sinn wir sind noch zeit ist kills oh zeit ist kills nein 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 ich hab mein schwert gedroppt oh es ist hier ich hab's wieder oh ich hab's in die andere welt geworfen hey jay so spawnen wir mal hier das quats warum droppt er droppt jemand sein schwert äh ah ok warte mal war die ganzen akazien key auch schon vorhin abgefarmt ähm es ist funktioniert nicht ah wollen wir jetzt echt auf kills gehen oder erstmal wieder einen strip malen weil ich würde jetzt noch gucken ob wir apfel oder so ja bekommen aber pro apfel ich fahr mal hier ein paar eichen so ich hab ein kleines geschenk am spawn hinterlassen mal schauen ob das eine mitnehmen möchte oh wir werden gekickt wo bist du ja ich bin hier bei so einer eiche oder ich bin spawnen ich komm gleich ähm ja so und bin auf dem weg ähm ok 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 wenn wir uns natürlich einloggen mit denen zusammen und die sind direkt ja ich sehe dich echt nicht alter ja ich komme da hier rechts von dir ach da ok hier ich hab ein kleines geschenk ok ok jetzt war irgendwie vorzeitig glaube ich ja ein bisschen good morning friends das war es mit der vierten dritten folge ne vierten vierten folge my brain is very hard in arbeiting gut mhm gg schade dass wir die nicht gesehen haben dass die im nether waren oder auch nicht und uns überhaupt nur verarscht haben mhm aber so ist das leben von phoenix und bei mir wird angezeigt dass zwei auf dem server sind das so nicht mehr ok gut ähm dann war's das mit dieser folge ich nack mich fürs zu ende schauen und dann äh sehen wir uns beim nächsten mal hautau ein tschüss craft mit hit mit tem tout da da